Du wirst öfter nach einem Termin gefragt und verlierst ab und an den Überblick, welche Termine du eigentlich wem schon freigegeben bzw. angeboten hast? Das ist mit Bookings with Me Geschichte, denn Bookings with Me ist dein persönliches Buchungstool, welches mit deinem Outlook-Kalender verknüpft ist. Klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Dann einfach reinhören in eine neue Folge Nubo Radio und los geht's! Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und wir gucken uns heute Bookings bei mir an. Ja, was ist das überhaupt? Microsoft Bookings kennst du bestimmt schon oder kennt ihr bestimmt schon. Microsoft Bookings ist das Buchungstool für das ganze Unternehmen. Also wir bieten zum Beispiel über Bookings an, dass man kostenfreie Erstberatungstermine bei uns buchen kann über die Homepage. Da gibt's jetzt was Neues. Als Teil von Outlook, also zumindest in der Online-Version, im Client ist das nicht drin aktuell, kannst du Bookings auch für dich persönlich und nicht nur für das komplette Unternehmen hernehmen und auch nutzen und auch konfigurieren. Also ihr könnt, wir können hier zum Beispiel 1 zu 1 Meetings mit dir buchen. Also du stellst das ein und kannst dir dann entsprechend deinen Kolleginnen und Kollegen oder auch externen Partnern, Dienstleistern, wie auch immer, zur Verfügung stellen. So könnte das zum Beispiel lauten, hast du heute oder morgen Zeit oder auch am Donnerstag für eine halbe Stunde etc. Ihr stellt das ein, konfiguriert das vor und das wird entsprechend vorgeschlagen. Klingt auch so ein bisschen Richtung Find Time, könnte auch da in die Ablösung mit reinlaufen bzw. die Ablösung sein. Den Link haben wir euch auf die Homepage in die Shownotes gepasst www.nuboworkers.com Dort findet ihr, wie gesagt, den Link. Der Link ist relativ einfach, outlook.office.com slash bookwithme in einem Wort und ein Slash danach. Unter diesem Link oder über diesen Link gelangst du auf deine persönliche Buchungsseite. Da wirst du Schritt für Schritt angeleitet, wie du das auch von Bookings bereits vielleicht kennst und wie du dir einen Termin selbst erstellen kannst. Du hast hier jetzt dann zum Beispiel die Möglichkeit, ein Zeitfenster einzutragen, in dem du frei bist und kannst dabei unterscheiden zwischen zwei Arten von Terminen. Einmal, ob es ein öffentlicher Termin sein soll, also welcher auf deiner Bookingsseite zu sehen ist oder zu sehen ist oder ob es ein privater Termin ist. Also wenn der auf deiner Buchungsseite, die du auch verschicken kannst, eingesehen werden kann, dann kann den halt jeder, der den Link hat, entsprechend sehen. Oder wenn der halt entsprechend privat ist, dann kannst du den an eine bestimmte Person nur verteilen und auch nur diese Person kann die Slots dann entsprechend sehen. Bei den Termineinstellungen kannst du noch einen Titel festlegen, also wie man das halt von der Besprechung so kennt oder auch von Bookings kennt. Wir haben die Outlook-Kategorien, die uns zur Verfügung stehen, aber Achtung, die sind nur für mich, also für dich in dem Fall sichtbar. Und wir können auch eine Beschreibung natürlich ergänzen und auch die Dauer festlegen. Also alles das, was wir an einem normalen Termin auch einstellen können. Wir können direkt auch mitgeben, ist das eine Teams-Besprechung oder aber findet die vielleicht vor Ort oder vielleicht auch hybrid statt. Dann bieten wir entsprechend einen Standort natürlich, also einen Raum und auch einen Teams-Besprechungs-Link in dem Moment mit an. Die freien Termine werden dann übersichtlich angeboten. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel einen Terminslot, der öffentlich ist. Das ist das Nubo Radio Test jetzt bei uns in dem Fall oder wir haben privat, also nur Personen, die mit einem Link direkt kommen. Die können diesen privaten Termin oder diese privaten Terminvorschläge oder Bookings in dem Fall dann auch sehen. Über die Teilenfunktion können wir den Link entsprechend kopieren. Wir können den Link auch per E-Mail weiterschicken oder wir können ihn zur E-Mail-Signatur hinzufügen. Das ist auch ganz interessant von der Funktionalität. Dann ist dieser Link direkt mit in meiner Signatur in Outlook Online mit drin und ich kann den entsprechend, immer wenn ich eine neue E-Mail rausschicke, dann ist halt entsprechend direkt eine Notiz unterhalb, dass man hier Termine mit mir buchen kann. Klingt ein bisschen komisch, erleichtert aber vielleicht für viele gerade vielleicht in Teilzeit arbeite oder wenn ich mir feste Arbeitszeiten gebucht habe oder Slots gebucht habe für Stillarbeiten oder so etwas, die einfach in meinem Kalender blockiert sind, wo ich aber sage, ja, also wenn jemand zu dem und dem ein Anliegen hat oder aber ich bin Abteilungsleiter und meine Mitarbeiter möchten gerne mit mir einen Termin vereinbaren und finden aber keinen Slot, dann kann ich vielleicht auch für meine Mitarbeiter direkt sagen, okay, ich habe immer Montagnachmittag von 14 bis 16 Uhr Mitarbeiterzeit und da können die sich entsprechend einfach Termine buchen, können bei mir reinkommen, so ein bisschen wie die offene Tür. Natürlich funktioniert das auch immer, wenn die Tür auf ist oder wenn man gerade grün ist in Teams, dass jemand anruft, aber so kann ich das vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen besser steuern und auch linken in dem Fall. Genau, wenn ich mit Signatur hinzufügen auswähle, dann kommt entsprechend ein Dialog, der da aufgeht, dann kann ich meine Signatur auswählen, zu welcher das hinzugefügt werden soll beziehungsweise unterhalb ist ein kleines Kästchen, einen Link zu meiner Booking-Seite in meine Signatur aufnehmen und dann kommt da auch entsprechend der Link mit rein. Die Booking-Seite selbst lässt sich auch anpassen, das heißt, wir haben da auch die Möglichkeit, ein Header-Bild zu hinterlegen. Wir sehen natürlich unser Profil-Foto, was damit mit angeboten wird. Wir sehen die Möglichkeit, auch hier entsprechend neue Termine, sowohl private als auch öffentliche, hinzuzufügen, wobei gleichzeitig ein Besucher meiner Booking-Seite, dem ich den Link zukommen habe lassen, nur entsprechend das Bild sieht oder die Termine sieht, die natürlich öffentlich sind, oder aber entsprechend den Termin zu dem privaten, beziehungsweise das Booking-Event des privaten Links. Ganz wichtig ist bei der ersten Einrichtung, ihr findet den Link auch unter der Kalender-App im App-Launcher, also einfach oben auf das Waffelmenü gehen, oben links in der Ecke, auf den App oder den App-Launcher entsprechend, gleicher Begriff oder anderer Begriff, gleiches Tool, dann auf Kalender und dann findet ihr unterhalb des Kalenders, der kleinen Kalender-Preview. Auf der linken Seite findet ihr Buchungsseite einrichten, das ist das erste Mal. Da klickt ihr drauf, das dauert dann etwa drei bis zehn Minuten und dann ist eure Buchungsseite verfügbar und ihr könnt auch entsprechend den geteilten Link oder den Link bereits abrufen. Wenn ihr dann nochmal über den Kalender dort einsteigt und nicht über den Link, den ich vorhin genannt habe, dann steht da entsprechend Buchungsseite bearbeiten. Und darüber könnt ihr neue Links anlegen, als auch das Header-Bild natürlich entsprechend anpassen, um eure eigene persönliche Booking-Seite in Bookings with Me zu individualisieren und ansprechend zu gestalten. Ja, wer kann jetzt so einen Termin buchen? Klar, Kolleginnen und Kollegen aus deiner Organisation natürlich heraus, die über den entweder öffentlichen Link zu deinem MyBookings oder Bookings with Me-Profil verfügen oder entsprechend über einen privaten Link, den du ihnen hast zukommen lassen. Und du kannst aber auch das Ganze je nach Tenenteinstellung, Achtung, an externe Gäste versenden, die entsprechend auch nicht mal über ein Microsoft-Konto verfügen müssen, sondern sich auch als Gast hinterlegen oder als Gast anmelden können. Genau. So. Wenn wir so einen Link dann verschickt haben, über die E-Mail zum Beispiel, und du den dann ausgewählt hast, also um die Story noch abzuschließen, und du wählst den Termin dann entsprechend aus, dann erhältst du natürlich nochmal eine Bestätigung mit einem Verifizierungscode, den du dann dort eingeben musst, um zu bestätigen, wer du einfach bist, damit der Termin dann im Anschluss auch gebucht wird. Bei der Buchung, wenn du einen Ort, eine Räumlichkeit oder auch Tips-Besprechung angegeben hast, wird die natürlich gleich mit angehängt. Zum Abschluss wird uns wie immer interessieren, wie sieht das denn bei dir aus? Kennst du schon Bookings with Me oder kanntest du schon Bookings with Me? Nutzt du das schon aktiv? Für was benutzt du das? Wir sind aktuell noch im Preview-Mode unterwegs, und wir würden uns über ein paar Erfahrungen freuen und vielleicht auch über ein paar Use-Case-Szenarien, für welches ihr das in eurem Arbeitsalltag in der Praxis integriert habt. Wir sind schon ganz neugierig auf eure Eindrücke. Wie immer gerne teilen über info-at-noboworkers.com. Wir greifen das gerne in der kommenden Folge zum Tool auf oder aber gerne über die Social-Media-Kanäle Instagram, Twitter, LinkedIn, wo auch immer ihr uns findet. Gerne immer teilen. Apropos teilen, teilen ist natürlich auch immer super. Teilt doch gerne unseren Podcast mit Freunden, Bekannten, Kollegen aus der gleichen Branche, außerhalb der Branche, wer auch immer, wo ihr einen Mehrwert vermuten könntet. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, denn immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.noboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social-Media-Plattform. Viel Spaß beim Klicken.